Liebes Rings of Europe Office, ich muss jetzt etwas loswerden. Wer hat Kovac besiegt? Zwar durch die Q, weil Oliver David und Richard Himmel eingriffen haben, sonst hätte er abklopft. Wer war das? Das war Max Berg. Ich verstehe es nicht. Ich habe euch 2018 zurückgebracht ins Wrestling Geschehen, Euro Promotion, Euro Promotion wieder on top gebracht. Ich war der, der sich im Main Event alle vertroschen hat. Ich war der, um den Skritt zu haben. Ich war der Max Berg in der Brandung. Versteht's? Wir machen es einfach so. Dadurch, dass ich eigentlich der Nummer 1 Herausforderer sein sollte, mache ich eine Herausforderung an den Rings of Europe Heavyweight Champion Michael Kovac. Kovac, du gegen mich. Amoino. Ohne Regeln. Streetfight. Und dann ist für die Lights Out.